Schönen guten Morgen. Für mich geht es heute bzw. heute und morgen in die letzten zwei Trainingseinheiten. Kurz vor dem Wettkampf. Am Samstag ist der Wettkampf. Das heißt, quasi jetzt nochmal lockere Einheiten. Gucken, dass ich ungefähr meinen Opener nochmal entspannt teste. Also in den Übungen Muscle Ups, Pull Ups, Dips und Back Squats. Und dann auch ein paar kleine Sachen hinterher und gucken wir mal, wie es läuft. Und ich würde sagen, wir starten. Okay. So, zwei Durchgänge sind durch. Ganz gut funktioniert. Mal gucken, was der Dresse so sagt. 17,5. Sollte gehen. Dann wollte ich doch zu viel. 20 gemacht, nicht gepackt. Versuchen wir 17,5 noch mal. Walten. 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 Das war's für heute. So, das war Tag 1, Pull. Jetzt kommt Push, also Dips und Kniebeugen. Mal gucken, Ziel ist so ein bis zwei Wiederholungen offen zu lassen, also quasi nicht voll drauf zu gehen. Ich gebe mein Bestes und let's go! So, das war's für heute. So, das war's mit den letzten zwei Trainingsanheiten kurz vor dem Wettkampf. Bin ich zufrieden? Ich würde sagen, ja. Lief alles doch noch ganz gut. Dips war ein bisschen, ja, habe ich ein paar Probleme in der Schulter gehabt, war aber in Ordnung. Kniebeugen sehr, sehr gut und der Rest auch sehr solide. Ich bin auf jeden Fall ziemlich zuversichtlich für Samstag, für den ersten Wettkampf für mich. Habe auf jeden Fall schon extrem Bock, bin super gehypt und würde mich natürlich über jeden freuen, der zum Zugucken vorbeischaut. Das ganze Samstag, 18 Uhr in Dessau. Schaut einfach mal auf der Seite von ghettoworkout.de vorbei. Da stehen alle anderen Infos dazu. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt es unten in die Kommentare, ob ihr das cool fandet, so ein Vlog. Ob ich davon mehr machen soll. Ich hatte jetzt mal geplant, in Zukunft auf jeden Fall mehr Vlogs zu machen und auch noch andere Videos. Seid auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns am Wochenende.